Die wohl bekannteste Liebesgeschichte der Welt, die von Romeo und Julia, ist ab heute als Ballett in der Wiener Volksoper zu sehen. Zur Musik der dramatischen Symphonie Romeo e Juliette von Hector Berlioz, bei der auch ein Chor und drei Gesangssolisten mit dabei sind, tanzt das Wiener Staatsballett. Modern, lebendig und auch ein wenig romantisch. Die Geschichte von Romeo und Julia wird hier mit lebhaftem, körperlichem und schauspielerischen Einsatz erzählt. Die verfeindeten Familien des Liebespaars unterscheiden sich durch ihren sozialen Rang. Die Reichen werden mit jungen Männern von der Straße konfrontiert. In diesem Fall habe ich mich konzentriert an den Gesellschaftsschichtenunterschiede. Das, meine Meinung nach, kreiert heutzutage die größte Spannung, die Ungerechtigkeit, die Leute, die beherrschen und die Leute, die beherrscht sind. Klar und trotz einfacher Mittel imposant ist die Bühnengestaltung. Und so zurückhaltend der Chor und die Sänger agieren, sie unterstreichen und intensivieren die Handlung. Das, meine Meinung nach, kreiertetekin.